Einen wunderschönen wünsche ich euch herzlich willkommen zu Dead by Daylight Killerline. Ich gebe nicht auf, auch wenn es Kack runden werden, ich gebe nicht auf. Nein! 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 Die anderen? Ah! 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 Ich habe mich richtig verletzt! Schade! Ich bin halt kein guter Killer, das ist alles. Ah! Ah! Aber ich habe eine. Ich muss mal gucken, wo ich die hinhänge. Ich hänge die Kamera? Oh ja! Hallo! Also hoch rein. Ah! Ah! Sooo. Sehr schön. Alles klärchen. Los, schmeiß um. Gell? Komm mit und hör auf zu zappeln. Ah! 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 Wer denn in? Ah! 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 Was hab ich zu tun? das ist doch in ordnung wo kann ich denn jetzt hin? Ada! Jetzt muss ich mal die Scheißdruck aufmachen das geht mir auf den Sackjagd Falscher! Das ist die andere! Und dann nehmen wir jetzt die die Scheißdruck und die Scheißdruck Genau deswegen stelle ich ja die Paletten wieder hin Die Runde läuft schon mal besser als alles andere Okay Okay, jetzt ziehen sie durch Da war ein Stein! Nein! Hallo? Kommst du her? So, nee, Fräulein! Und auf! So! Danke! Nein! Eine Palette! Das ist aber schön! Hab sie gesehen! Das ist doch schön! So, jetzt muss ich was an Haaaken 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 Hier ist tatsächlich noch eine Palette Ich war verrückt Ah, das spieß mit der Durf Ah, das spieß mit der Durf Ist da wohl noch einer mit? Es ist nicht schlimm, dass die alle raus können, um Gottes Willen. Bin ich auch gar nicht böse drüber. Mich hat es immer nur aufgeregt, dieses... Keine Altsagentierungen. Dieses ewige... Ich krieg gar keinen. So ist es okay. Ich habe die Fähigkeit jetzt auch nicht sehr oft eingesetzt, die muss ich ehrlich zugeben. Dass ich besser laufen kann. Seid ihr jetzt bald mal raus? Ich muss noch mal hauen. Nur noch mal hauen. Nein, bin ich trotzdem zufrieden. Bin ich gar nicht böse drüber. Ich meine, ich habe noch 36 Tage, um in Ruhe den Rest alles voll zu kriegen. Von mir gibt es genauso einen GG. Ich habe zwar keinen Pip gemacht, aber ich habe Punkte gemacht. Ich habe die nächste Stufe erreicht. Das heißt, ich komme mit meinem neuen Seuchenkostüm immer näher. Ja, erst für die Seuche. Da kommen alle Kostüme. Also fast alle. Die Medica. Die, die mir gefallen. So. Was haben wir denn hier schönes? Entscheidungs-Schlag. Ich meine, die hatte ich zweimal am Haken. Eine Kate hatte ich zweimal am Haken. Ach ne, eine Jui hatte ich zweimal am Haken. Und die Kate glaube ich. Von daher. Ach pfff. Die Sorge. Ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und ich freue mich auf die nächste Runde. Und das bei Daylight Killerein. Bis dahin. Ciao.